So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Bereit zum Kampf gegen den Champion. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht so schlimm. Naturschaden ist ungünstig und... Es ist wieder genau derselbe Dude. Auch wieder beim Champion dabei. Oh, scheiße. Vorne Eisschaden. Mitte Natur. Fuck. Und hinten Luft. Okay. Probieren wir es mal so. Bin ich begeistert. Kriegen wir hier noch 15% Moral wieder. Vorne Eis. Bisschen Luft. Hm. Tja Ich glaube da kommt unser Boss zum Einsatz Ich hoffe, dass wir die bis dahin Genug runtergeprügelt bekommen haben Ich meine, kriegt der jetzt minus 35 Moral Und wenn wir jetzt nicht in der ersten Runde direkt alle sterben Dann können wir den Demoralisierter noch ein bisschen hochstacken Aber zumindest halten die ganz gut durch Der ist halt unser schwaches Glied, ja Aber ich glaube den Elite kriegen wir Ganz gut weg Das ist minus 50 Moral, jeden zu Ah, das ist bitter Gaff den Unterraum, gaff den Unterraum, gaff den Unterraum Okay Ja, das Problem ist, dass die da die Moral wieder zurückkriegen Und bis dahin ist es nicht runter Und der kriegt noch 15% Moral wieder drauf Das hab ich schon wieder vergessen Aber der frisst jetzt halt auch ordentlich pro Runde 65 Moral pro Runde Also der müsste eigentlich weg sein Blablabla, blablabla, blablabla 60 Moral 55 Moral 55 Moral Ja, 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 ja Okay, also der Elite ist weg Schon mal gut ist Hätte noch besser gelaufen sein können Aber Das ist schon mal am Anfang Jetzt gehen die mal alle verlieren Die 10% nochmal Dann ist er auf der Hälfte Gehen die nochmal Normalisiert mit Versuch mal den vorderen laufen zu lassen Weil hintere ist halt so Hat so viel Resistenz gegen Moral Ich weiß nicht Wir haben hier zwei AOEs Die sie zumindest vorher laufen lassen sollten Sie ist halt auch die, die mehr Damage macht hier Oh, wobei der macht auch ordentlich Damage Jetzt hat er eigentlich eine gute Resistenz gegen den 45% Trotzdem macht er so viel Uff Du kannst nur Entsetzt auf den machen Ah, dann Stack schon mal Entsetzt Bisschen hoch Was hat doch mehr Sinn gemacht hinten zu fokussen Ah, wobei, wobei, wobei Jetzt machen wir dich gleich Überlebt noch einmal Oder nicht Okay Der überlebt aber noch Und sie müsste jetzt gleich weg sein Durch den AOE Ja Sehr gut Der killt den jetzt Oh, oder nicht Verlebt er das Gift? Das ist die Frage Okay, ja Tut er Okay, dann Sollte der auch wechseln Ja Okay, krass Sogar trotz des krassen Entsetzten Supports Das ist eine gute Verlust Oh, das ist aber auch ein guter Dude Vor allen Dingen mit Naturresistenz Ja Ja, der ist nicht schlecht Wir müssen gucken, dass wir mal irgendwie noch einen Therapeuten gleich finden Ähm, oh ja Da wäre auch Motivation für uns gewesen Aber ich will lieber nochmal was Leveln auf vier Den eigentlich Nein Schreiber Äh, zu Beginn des Kampfes Binden drei Äh, sonst Ja Alle nicht so Krass Ja, Händler Aber wir wollen nichts kaufen Vor allen Dingen keinen Damage-Tealer Workout Keine Ahnung Push 5 Resistenzen Why not Ereignis Gib mir mal Genau Motivation Nochmal Jawohl Boah Das ist auch nicht schlecht Mh Und die Motivation sieht eigentlich ganz gut aus Außer bei ihm Dass ich aber trotzdem dann immer sagen kann Hier 50% extra Leben auf dem vorderen Monster Das ist nice Geben alle gleich viel Ich glaube ich nehme sogar den Meister-Bonus Weil Monster haben wir eigentlich genug Mittlerweile Auch gut gelevelte Und dann nehmen wir noch am ehesten den Meister-Bonus Okay Gut, der hat wenig Oh, die haben beide wenig Moral Und er ist halt wieder der mit dem guten Moral Aber er hat auch nicht den Moralverlust um 50 Das ist schon mal alles, alles gut Ja Gut Jetzt müssen wir nur gucken Vorne Körperschaden Das bist du Körperschaden generell auch Und hinten Luft Ja So Vorne Körper Bist auf jeden Fall du mit 60 Rüstung Körper, Körper Hinten Luft Bist du Ähm So Keine Ahnung Keine Ahnung So Okay Okay Schon half Moral Aua Aua Jo Wo sind die am leiden Also Versehen schon mal los Hast du ein Aoe Nein Tja Dann müssen wir es trotzdem mal so machen Der tüttelt jetzt den Und den wahrscheinlich Ja Der stirbt auch Aber immerhin fängt nur noch ein Einschlag ab Du machst nur noch 102 Moral weg Und dann stirbst du auch Wo ist das noch mit dem Crit Nö Du lebt nur Aber ich bin da ganz sicher Ich mache mal schnelldurchlauf wieder Ah der hat dem jetzt gerade seine Moral wiedergegeben Ja Ah Ist jetzt nicht vier Das ist very nice Weg mit dem Ausweichen Dann machen wir einmal so Jo Okay Der ist weg Noch der war So So Ähm Jo Du kriegst da demoralisiert Und zwar Immer und immer mehr Und ich block dich mal ganz gut weg Jetzt kriegst du noch entsetzt Oh Doch nicht Achso Das war Äh Wenn die Rüstung negativ ist Ich dachte das wäre Ähm Ähm Wenn der von zwei Beeinträchtigungen Beeinträchtigt ist Wichtigkeit 30 Gar nicht so schlecht So Doktor ist nicht so wichtig Hände aber auch nicht Äh Ja Nö Hm Monster halten bin wenn sie angegriffen werden Ist gar nicht so schlecht Und den Moominclaws wollen wir ähnlich haben Ähm Das hier Brauchen wir nicht Hm Ah wir können feilchen Nice Ja kostenlos eine Moral Ah und das ist der letzte Kampf Gucken wir Ereignis Pff ja Nehmen wir Weil kann nichts negatives mehr passieren Man bringt uns zwar auch nichts mehr aber Okay So Äh Ja Dann Würde ich sagen Ab die Post Ja So Bitte nix mit Dicker Moral Okay Sieht schon mal gut aus Ignoriert den ersten Eingreif Das ist ungünstig Eisschaden vorne Hm Naturschaden überall Oh Die tut verdammt weh Alter Scheiß Die Wand an Die wird uns einfach umholzen Und Feuer stand vorne Ja Dann versuche ich wenigstens noch Schnell genug da anzukommen Na ja dass ich halt vor denen dran bin und den hier vielleicht noch wegkrieg Also setzen wir mal Feuer Ah der ignoriert halt auch den ersten Eingreif 80 Natur ist natürlich auf 80 Natur auf alles Krass 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 Das tut natürlich echt weh Das tut natürlich echt weh Ich hoffe mal dass das funktioniert mit dem Okay Oh 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 könnte eng werden Das hat denn unser Boss die Resistenz auch minus 20 Natur Das ist damit das Schlimmste was passieren kann Oh das ist gar nicht so schlecht Er hat ignoriert den ersten Eingreif So jetzt gibt's entsetzt Nur überleben okay sehr gut Ah so wieder zu Alter was Jo Das äh Lief nur semi gut Aber 80 Natur Damage AOE Der Fug Wer hat sich das denn überlegt Das sollte eigentlich Passen Sondern der erste weg ist Danach ein 1 gegen 1 Unser Boss gegen den Gegen den Boy hier Ich schieße jetzt 2 mal Das heißt jetzt auch dass alle unsere Binden 4 haben Kann das sein Ja Oder 5 sogar Ja dann versuchen wir mal dass der da wegläuft Und jetzt sind wir tot Oh das tut so verdammt weh Aber wir kriegen sie glaube ich zum weglaufen Ja Das ist gut Damit hat die nur noch die Hälfte Moral Und kriegt jetzt nochmal ein Set Also das müsste eigentlich passen Jaja unsere Die wird unseren Boss auf jeden Fall nicht killen Oh Okay Nice Das ist dein Augenblick der Wahrheit Und unser Boss musste nicht mal zum Einsatz kommen So easy war das Okay so Zack Kraft von Munien ist um 6 erhöht Ja das ist nicht sonderlich geil Aber immerhin So Letzte Mission Werden wir uns auch noch geben Was haben wir hier Wir wenden Panzer auf die nächste Monde Panzer 1 ist immer so Ja Bringt halt nächste Zeit vorbei Bevor es angefangen hat Äh Brennen und Frostbälle Versorgung 5% der maximalen Moral Stattstand Oh das ist nice 5% Max Moral Ist nicht schlecht Da haben wir hier Brennen Oh der ist jetzt super geil Der macht Im AOE macht der Moral und Brennen Und es wird verdoppelt Wenn das Ziel schon von Brennen beeinträchtigt ist Also Geil Der macht auch Oh die kennen wir noch gar nicht Das ist der Pharao 14 Feuerschaden und 15 Naturschaden Jeder Stapel Binnen Von dem Pharao profitiert Erhört den Schaden um 5% Oder 18 Moral Wenn er dann setzt 2 an Wenn die Moral des Ziels über 50% ist Oh doch Doch Dann setzt 2 auf alles Kann man machen Okay Ja dann Bitte ich mal gespannt Wie gut wir uns schlagen werden In der letzten Runde In der letzten Mission Der Göttin Und ich freue mich darauf Euch dann wieder zu sehen Tschüss Und ich freue mich darauf